Ja, wie gesagt, die schießt ein bisschen verzögert. Jetzt müssen Trägewein schießen. Leider. Alter, man muss richtig drücken, um damit die überhaupt schießen. Die warf das gerade richtig für den Arsch. Komm schon. Komm schon. So, wie krieg ich das Ding jetzt platt? Hat Licht. Äh, äh, nicht Tatlicht. Lichtgewehr einfach. Wunderbar. So geht's natürlich auch. Ja, nix mehr mit Plasma-Pistole. Fürs erste. Das hätte auch besser gehen können. Stopp! Ah, die sind voll oben gekommen. Ja, ich bin grad auf der Seite der Prometeaner. Irgendwie. Noch sind die Prometeaner nicht ganz so gut aufgestellt, wie die Allianz gerade. Was sich aber später garantiert ändern wird. Erstmal mach ich das Ding hier weg. Oder die Dinger. Die schließe ich grad daneben und ich möchte nicht davon weggefegt werden. So viel hält ein Ghost ja leider dann auch wieder nicht aus. Ich glaub, der hält sogar mehr aus als mein Ghost. Jo. Passt. Auf jeden Fall halten die nicht viel aus. Aber kann ja wieder hoch. Dann nehmen wir den hier. Können wir die, die da vorne stehen, auch noch, äh, da geparkt lassen. Weil zwar die doch noch brauchen. Ich hoffe mal nicht. Und da sind noch zwei. Also zwei auf einmal gegen einen Ghost. Also ich würde eine Kürzeren ziehen. Ich würde sowas von den Kürzeren ziehen. Ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt hier mein Lichtgewehr dafür brauchen, um die zu töten. Wenn ich schon eine Waffe habe mit unendlicher Munition, dann sollte ich sie doch einsetzen. Jetzt stirb! Arschloch! Ey, du hast kein Schild mehr! Stirb, danke! So, dann war noch links einer. Und rechts ist was, was ich erstmal zerstören muss. Kleiner Ratte ist tot! Ist die tot? Ja, die ist tot! Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir! Könnt natürlich auch versuchen, den einfach zu überfahren. Was ich jetzt auch drauf versuchen werde. Weißt du, was eine blöde Idee ist? Wo bist du Arsch? Wo bist du Arsch? Verbrenne! Ich steig nicht nochmal in das kaputte Ding da ein. Nein, nein, nein. Das lass ich schön sein. So, jetzt ist die Frage. Hatten sie mit ihnen mit einer Scattershot da gekämpft? Und liegt die Waffe von denen noch da rum? Ne, die spawnt. Die Granaten nehmen wir mit. Ah, haben wir schon. Oder? Doch, haben sie. Sehr schön. Da mit ihnen mit Scattershot. Wie hießen die nochmal alle? Äh, Promethian Dancer? Warwagon? Und, wiss ich, wie die alle hießen? Wo ist da lang? Das Relais-Signal ist wieder abgerissen. Wir sind fast beim Strahlen. Geh kaputt, ihr Scheißteile. Ah, und da sind wieder die verkackten Schakale. Ey, du musst dir noch ein Leben verschwinden. Störb endlich. Eigentlich bin ich noch schnell nach hinten gefahren. Nix da, nix aufladen. Gibt's nicht. Habt ihr nicht verdient, dass ihr sowas dürft? Sie fliegen rein. Wir haben Hoffnung gefunden. Wir sollten schnellstens hoch zu dem Relais. Ja, raten wir, dass ich vorhabe. Munition für die Scattershot. Ach, haben wir eh voll. Wir haben ja alle troll. Welches nehmen wir? Wir nehmen das obere. Haben wir dunnen, dunnen Granaten haben wir auch. Hier hängen überall Munition und so rum. Ich hab die Scheiße sowas von vergessen. Geh kaputt, Arschloch! Störb! Ach, verdammt! Okay. Ob das gerade die schlauste Idee war? Weiß es nicht. Unter mir. Das Problem sind jetzt Ghosts am Boden. Oh, fuck, 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 fuck. Ah, verdammt! Ich muss den Typen da einerseits einfach mal umkarreln. Boah, das ist so scheiße, diese Stelle ist so scheiße. Okay. Boah, bitte. Merci. Oww! Oww! Ich hab keine Ruhe vor den Spacken da oben. Hab ich nicht zwischendurch? Nein, hab ich nicht. Die Sau weicht leider den doch zu schnell aus. Ich hasse diese Stelle, ich hasse sie. Ein Witz ist das! Ich komm an dieser Stelle einfach nicht durch. Es ist nicht so leicht, wie man es meinen durfte. Besonders wenn man denn noch die Typen da oben am Arsch hat. Aua! Ach, ich krieg den da oben doch nicht. Wie soll ich den denn wegkriegen? Ging da... Da ich dann anfange schon tote Plans rum? Ging da oben. Ging da oben. Oh, Schale! Das gibt's nicht! Ging da oben. Ging da oben. Ach, das ist doch kacke! Ging da oben. Ging da oben. Ging da oben. ARD Text im Auftrag von Funk Ich komm einfach zu Kenen, ach, ich komm da einfach nicht durch. Wenn sie nach links war beim ersten Mal da gar nicht schlecht, dann... Oh, fuck, und da kriegt er... In der Luft bin ich auch ungeschützt, weil mich dann da wieder die feindlichen Kios einfach treffen. Ja, natürlich, trifft er dabei auch noch. Und natürlich, wie ich keine Chance habe dagegen. Weil ich hab nicht so ein... Ich warte mal. Okay. Nein, nein, nein! Hätten wir's für's Erste? Den er zerstört! Meine Fresse! Gut, dass ich da schon raufgeschossen hab! Gut, dass ich da schon raufgeschossen hab! Was ich unnormal loswerden muss, ist das Ding! So, da kann ich mich da hinstellen! So! Der da hinten lässt mich erstmal in Ruhe! Das ist ja gnädig! Hier hätten wir auch nochmal einen! Ich glaub, den werd ich da jetzt erstmal nehmen! Verrecke! Wo ist denn der andere? Wo ist der Ghost? Der da war! Der ist tot! Ich wollte grad aussteigen! Die Sau! Ja! Nein! Die Sau! Mit deiner Kackgranate! Mit deiner Kackgranate! Wie ich's nicht geschissen bekomme! Wie ich's nicht geschissen bekomme! Beste ins Wasser! Nochmal! Du! Whi Applicate! Ich bin derci? Ich bin der Oberfläche! Na, ich bin der Fall! Ich bin der Fall. Du! Schöpfer! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! going! Der Fall! Ich bin der Fall! Ah, ist das ne miese Stelle. Ich hab keinen Kontrollpunkt fürgekriegt gehabt, das ist doch kacke. Das ist total unfair. Das ist unfair. Ja. 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 Mit dem komm ich nicht weit Mit dem Ghost Soll ich mich verarschen oder so? Dann macht er einfach einen Sturz, Luke Ich hätte gerne ein Kampfgewehr, damit würde ich viel mehr Schaden machen, glaube ich Da, komm her, komm her Komm her Komm doch mal her Hm, ich könnte auch versuchen in den Banshee reinzurennen Wo ist dieser? Natürlich! Natürlich! Ich bin, ich bin, ich bin Natürlich! Ist doch gerade fair, wa? Alter! Ich frag mich, wie lange ich jetzt hier schon dran sitze wieder. Oh man, wir hatten's doch fast und was war dieser Typ mit der Kackgranate? Stirb, Arschloch! Na, willst du mal? Wisst, wo hab ich jetzt das Ding hingestellt? Da! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ah, ich krieg hier eine Krise. Ich hasse so eine Stellen. Drei Milliarden Gegner, die mich von überall treffen können. Ich kann mich nirgendwo mal kurz... ...zurückziehen. Die treffen mich von überall. Ja, natürlich kommt denn da noch der Ghost. Wie soll ich denn... Ah, ich hab's ja schon geschafft. Ah, ich bin der Ghost. Ich hab's ja schon geschafft. ρο assemble. Vielen Dank.